Guten Tag! In wenigen Monaten endet meine Präsidentschaft. Damit kein Grund zur Traurigkeit besteht, verrate ich ein Geheimnis. Ich bin ein Spielzeugroboter. Bald wird es mich millionenfach zu kaufen geben, und überall werden mich Eltern ihren Kindern schenken. Wer möchte mich als erster kaufen? Ein Gutesheim Un� Syrian Unentschiff Vielen Dank.